Hallo ihr Lieben, ich habe hier heute eine Idee für euch für Karten mit Präge- oder Embossing-Foldern und zwar wie ihr diese Motive, die dort geprägt werden, auf andere Papierformate anpassen könnt. Ich habe eine eher feminine und eine eher maskuline Karte für euch und habe das Ganze mit zwei verschiedenen Embossing-Foldern ausprobiert, die eben verschieden große Motive haben. Zuallererst habe ich hier einmal diesen mit diesem Fähnchen-Motiv, das ist eher so ein kleines All-Over-Motiv, der ist von Action, den kennen bestimmt viele von euch und stellvertretend für ein großes Motiv habe ich hier diesen mit dieser Blume, also das ist irgendwie so ein Allium-Gewächs, so ein Zierlauch von Altenew verwendet. Oft steht ja das Motiv eher dann so als Hintergrund dabei bei so einer Karte. Man kann das natürlich auch mit irgendeinem Farbauftrag noch nach vorne heben. Da war ich bisher allerdings eher nicht so geschickt, muss ich wohl gestehen. Und ich habe jetzt eben versucht, das Motiv ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Zuallererst nehme ich mir dazu mal diesen Embossing-Folder mit den Wimpelketten und werde den in schwarzem Cardstock prägen. Das wird jetzt hier diese maskuline Karte. Das kann natürlich genauso gut je nach Untergrund eine Unisex-Karte sein. Damit mir der Cardstock nicht bricht beim Prägen, werde ich den mit ein bisschen Wasser besprühen. Und das habe ich jetzt hier von einer Seite getan. Und das hat leider nicht ausgereicht. Schaut mal hier, das hat hier an so scharfen Kanten, die ja dieser Embossing-Folder durchaus hat. Jetzt stellt die Kamera nicht scharf. Da, da seht ihr es. Da ist der Cardstock tatsächlich ein wenig gebrochen. Ich werde das jetzt hier genau so weiterverarbeiten. Aber wahrscheinlich empfiehlt es sich, wenn ihr den Cardstock tatsächlich von beiden Seiten einsprüht. Also das hier ist auch dieser sehr preisgünstige schwarze Action-Cardstock. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass die Qualität jetzt nicht so oberklasse war. So, und meine Idee dazu war jetzt, das Motiv einfach von Hand auszuschneiden. Da sagt ihr jetzt wahrscheinlich, oh was, einfach bei diesen ganzen Wimpelketten hier. Und ich habe gedacht, naja, ich probiere jetzt mal mit einer Schere erstmal diese glatten Seiten sozusagen, wo die Wimpelchen nicht sind, einzuschneiden. Und ihr werdet es kaum glauben, als ich nachher fertig war, ist mir dieses Stück irgendwo hintergerutscht. Ich habe es nicht wiedergefunden. Ich habe das Ganze nochmal ausgeschnitten und hinterher mit einem Cutter. Und Cutter war auch sehr schön und schnell, aber das könnt ihr machen, wie ihr meint. Also ihr seht, wie ich mich jetzt hier so durchgearbeitet habe. Und jetzt schneide ich hier von Hand mit einer kleinen Schere die ganzen spitzen Wimpelchen aus. Das ging auch ganz gut, aber wie gesagt, ich war nachher am Ende. Ich habe das Ganze zweimal geschnitten. Und es ist mir mit dem Cutter leichter gefallen. Das könnt ihr bestimmt am besten mal ausprobieren, was euch da liegt. Und vielleicht auch, was ihr für ein Motiv habt. Vielleicht habt ihr ja eher irgendwelche Kringel oder ja, keine Ahnung. Es gibt ja extremst viele Embossing-Folder, mit denen sich da vielleicht sowas realisieren lässt, die eben irgendwie so ein bisschen gegenständlich sind. Wenn ihr natürlich irgendwie Tupfen habt, dann macht das wenig Sinn. Aber wenn das halt irgendwie wirklich so ein gegenständliches Motiv ist, sei es nun mit Gräsern, mit Blüten, keine Ahnung was. So, das Ganze soll werden eine DIN-Lang-Karte. Denn ja, ich finde das Format ist irgendwie als Längsformat eben so ein bisschen was Besonderes. Noch mal so ein Hingucker. Und das gab ja nun vom Format dieser Embossing-Folder nicht her. Als Kartenaufleger habe ich mir erst mal was Weißes draufgelegt. Also das hier ist im Grunde einfach eine 21x21 Stück in der Mitte gefalzt. Und jetzt habe ich aber gedacht, verwende ich doch als Untergrund mal Motivpapier. Und ich hatte doch hier in meinem kreativen Bund-Adventskalender so unfassbar tolle Papiere. Und da habe ich erst überlegt, ob ich so einen Farbverlauf nehme. Also sowas, glaube ich, würde sich super gut eignen. Oder hier so aquarell gewolgte Sachen. Ich glaube, zu kribbelig und so ist mit diesen Fähnchen auch nichts als Hintergrund. Ich glaube, es ist da irgendwie netter, wenn man ja vielleicht ein wenig was Schlichteres hat. So, dann ist mir aber noch dieser Block hier, der auch in meinem Adventskalender war, in die Hände gefallen. Und da sind diese Alkohol-Ink-Hintergründe drauf. Und ich glaube, genau dieses Papier hier werde ich dann am Ende verwenden. Als Schrift werde ich hier aus diesem super tollen A Pocket Full of Happiness Stanzen Set den Schriftzug Gratulation verwenden. Wenn ihr meine Videos kürzlich gesehen habt, wisst ihr, dass das ein Neuzugang in meinem Bastelzimmer ist. Und ich, ja, auf Wolke 7 schwebe, dass ich hier deutsche Stanzen ergattert habe. Und das sind ja diese 2-für-eins-Stanzen. Also man hat einmal diesen Hintergrund, den ihr hier seht. Das habe ich mir einmal in Wellem und einmal in so türkisfarbenem Cardstock gestanzt. Und dann in Gold-Cardstock das Gratulation mit diesen feinen Linien, die man eben drauflegen kann. Hinter dieses Gold habe ich gleich doppelseitiges Klebeband gegeben. Und jetzt seht ihr einmal, wie sich das dann auseinander puzzelt, sozusagen. Dass man einmal die Mittelteile aus dieser Goldstanze, aus dieser Auflagestanze nehmen kann und einmal den Rahmen. Und da werde ich jetzt eben zweimal das Wort Gratulation draus zusammenkleben. Und das sieht jeweils, finde ich, super, super schick aus. Das Coole ist eben, dass man total verschiedene Farben nehmen kann. Und das dann immer wieder verschieden aussieht. Und ja, ich bin hier eben gerade mit Gold am Experimentieren und finde es halt total edel und super. So, und jetzt klebe ich mir das Ganze mal auf. Ihr seht, ich habe mir meine schwarzen Fähnchen schon in Portionen geschnitten. Denn ich möchte das Ganze ja auf diesem DIN-Lang-Format verteilen. Und ich habe mir hinten erstmal so gleichmäßig überall kleine Klebertüpfchen draufgesetzt. An dieser Stelle dort, wo mein Schriftzug jetzt platziert ist. Dort soll er in etwa sein. Und jetzt werde ich hier so, ja, eben mein Motiv, was ich embossed hatte, so ein bisschen drauf verteilen. Denn ihr seht, ich hatte das jetzt schon unten einmal festgeklebt. Ich habe mir das in drei Portionen geteilt. Und so schaffe ich es eben, ein viel größeres Format mit dem Embossing-Folder zu bedecken, als er ursprünglich gewesen ist. Denn das sind ja so circa 15 mal 15 Zentimeter, die dieser Embossing-Folder prägt. Und normalerweise ist das ja eben einfarbig, also eben auf einem Untergrund. Und jetzt seht ihr, wie toll sich das abhebt. Schwarze Fähnchen sind nun vielleicht nicht jedermannes Sache. Aber das hier ist eben tatsächlich für einen Mann gedacht. Und ich finde tatsächlich schwarz immer irgendwie ganz schick. Vielleicht ist das einigen von euch zu düster oder so. Aber ich finde, das passt auf den Adressaten total toll. Und mir gefällt es halt total super, wie gesagt. Also mir gefällt schwarz eigentlich auch immer toll. Aber das lässt sich ja in jedwelcher Farbe umsetzen. Oder eben sogar auch dann in verschiedenen Farben. Wenn ihr euch das jetzt in drei Segmente teilt. Also ich fand, das hat sich jetzt hier bei dem Muster angeboten. Aber man hätte das auch noch an ganz anderen Teilen zerteilen können. An ganz anderen Stellen. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen eher rechts und mal so ein bisschen eher nach links geschoben. Und habe immer so ein bisschen geguckt, wo diese Girlanden sich schneiden. Denn das finde ich, sind ja auch da so ein bisschen attraktive Punkte. Da, wo es sich kreuzt und so. Und dass diese Kreuzungen, dass die mal so ein bisschen mehr nach rechts, mal so ein bisschen mehr links. Vielleicht einmal so ein bisschen in der Mitte. Also dass sich das so ein bisschen verteilt. Wenn alles gut getrocknet ist, dann schneidet ihr nur noch rechts und links schnell die Überstände ab. Ich habe das hier einfach mit einer Schere gemacht. Und dann noch etwas goldene Aquarellfarbe in Sprenkeln auf der Oberfläche verteilt. Wobei sich der Bereich um die Schrift herum, also wo die Schrift nachher ist, wo sich das da konzentriert. Und so sieht dann die fertige Karte aus. Ihr seht, ich habe unter dem Schriftzug noch so riesengroße Pailletten ergänzt. Die sind aus verschiedenen Sets. Also die nehmen auch wieder so ein bisschen die Farbe vom Untergrund auf. Das ist hier einmal so ein Set. Diese schimmernden und diese bläulichen. Die sind hier aus so einem Party-Set aus der Party-Abteilung mal von Teddy gewesen. Und diese ganz klaren hier, die dort sind, die sind hier aus so einem Set. Puh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es das mal bei Tiger gab oder so. Ist schon uralt. Aber wie gesagt, da könnt ihr annehmen, was ihr wollt. Da könntet ihr auch sonst Kreise ausstanzen oder ganz drauf verzichten. Bei mir ist der Anlass ein runder Geburtstag. Und da habe ich gedacht, da kann man ruhig ein wenig auftragen. Und ja, ihr seht, dass diese Schrift, dieses Gestanze, dass das eben so leicht plastisch ist, dadurch, dass dieser glänzende Cardstock auch so ein bisschen dicker ist und so. Die Fähnchen habe ich jetzt nicht mit Abstand aufgeklebt, sondern einfach, habt ihr ja gesehen, mit Flüssigkleber. Das könnte man natürlich auch noch machen. Dann bekommt man einen sehr viel stärkeren 3D-Effekt, wobei man so natürlich diese Prägung, die da drauf ist, auch noch super erkennen kann. Und das sehr reizvoll ist. Aber bei mir sollte es eben jetzt hier durch die Post. Und ich habe gedacht, naja, hm, so wer weiß, was dann davon am Ende ankommt. Aber wenn man es vielleicht so sonst überreicht. Also das ist bestimmt auch noch ein sehr lohnenswerter Effekt, wenn man da kleine Foampads drunter setzt und das Ganze nach oben setzt. Und ich finde sie einfach richtig toll. Also innen ist sie dann schwarz. Wer nicht schwarze Karten von innen beschriften möchte, der klebt sich einfach noch was Weißes rein und hat dann wieder eine weiße Fläche zum Beschriften. Ich habe sie tatsächlich nachher mit diesen Kreide-Gel-Pants von innen beschriftet. Das sah ganz, ganz toll aus. Und ja, das ist nun das fertige Werk. Und ich bin total begeistert von der, weil die eben für Männer auch so super funktioniert. Mit anderen Untergründen oder so, wie sie ist natürlich auch für Frauen. Das ist im Grunde eine ganz tolle Unisex-Karte. Und ich finde, das Fähnchen-Schnipseln hat sich absolut gelohnt. Für Karte Nummer 2 habe ich mir ein weißes Stück Cardstock genommen. Das ist hier Kopierpapier in 200 Gramm. Damit arbeite ich ja sehr gerne. Und das Motiv hier, das seht ihr, das füllt eben dieses 15x15 Papier annähernd aus. Das habe ich jetzt auch wieder eingesprüht und habe das jetzt durch die Embossing-Maschine geschickt. Das ist so ein 3D-Embossing-Folder. Da verzichtet man auf eine von den Schneideplatten, zumindest bei einer Big Shot. Und ihr seht irgendwie, dass das hier einfach schon extreme Höhen und Tiefen hat. Und das sieht irgendwie, finde ich, total cool aus. Naja, und dieses Motiv habe ich eben gewählt als stellvertretend für andere Embossing-Folder, die eben vielleicht auch ein einzelnes, sehr großes, raumgreifendes Motiv haben. So, aber das soll sich ja eben auch ein wenig abheben vom Untergrund. Und darum gestalte ich dieses Mal einen Untergrund selber. Vorhin habe ich ja eben ein fertiges Papier genommen, ein extrem hübsches. Und dieses hier, das soll aber eben, also ich finde, diese Blüte ist halt sehr zart. Und darum brauche ich wieder einen zarten Hintergrund. Da habe ich bei mir irgendwie nichts gefunden, was so meinem Gusto entsprach. Und ich werde jetzt hier mit diesem Türkis-Ton in Aquarell einfach so einen sehr lockeren Aquarell-Hintergrund machen. Ihr seht, ich nehme einfach ein wenig Pigment mit sehr viel Wasser auf den Pinsel und betone quasi jetzt einmal rechts und unten so ein bisschen und zu der linken Seite hin läuft das so ein bisschen aus. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht gleichmäßig, sondern ich habe gedacht, dass eben noch so eine kleine Struktur darin entsteht, wenn man Pinselstriche sieht. Und ja, also diese Blüte, die wird dann ja das halb verdecken, aber eben auch nicht ganz. Und weil mein Motiv eben ja doch recht groß ist, bin ich dann jetzt nochmal rübergegangen, rübergegangen, weil ich gedacht habe, womöglich sieht man sonst gleich gar nichts von dem Hintergrund. So, und hier findet das gleiche Spiel statt. Ich schneide mein Motiv auch wieder aus. So, das ist nun jetzt hier vielleicht irgendwie, denkt man so, oh Gott, oh Gott, das ist ja eine bisschen andere Nummer als jetzt bei den Fähnchen. Aber ich bin ja ein großer Freund des Cutters und das geht auch tatsächlich total super. Also ich habe hier erst einmal die Außenlinie mit einer kleinen Schere drumherum geschnitten und ich habe das eben gar nicht so super knappkantig geschnitten, sondern auch ruhig so einen kleinen Rand um diese emboste Form gelassen. Denn es kommt ja gar nicht darauf an, dass das jetzt so super akkurat ist. Ihr seht, dass das so ungefähr diese Bögen mitmacht. Aber in der Mitte ist es einfach jetzt eben noch sehr solide. Und da möchte ich einfach, dass der Hintergrund ein wenig durchscheint. Und ihr seht, da gibt es sehr verschieden große Flächen. Die werde ich jetzt nicht alle minutiös ausschneiden, aber die größeren, die würde ich schon mit dem Cutter raustrennen. Denn seht ihr, so sieht das aus. Also man sieht schon etwas von dem Türkis. Und ich glaube, ich möchte das so ein bisschen nach rechts rücken, denn ansonsten ist mir die Blume irgendwie zu zentral. Und ich sehe gar nicht genug von meinem Hintergrund. Dadurch, dass ihr euch das Motiv ausschneidet, könnt ihr eben selber nochmal bestimmen und beeinflussen, welche Teile auf welcher Position davon zu sehen sein sollen. Also das muss jetzt eben nicht mehr zwingend mittig sein, sondern das könnt ihr in jedwelche Richtung verrücken. Da seid ihr viel freier dann in eurer Gestaltung. Denn Freiräume sind ja oft auch wichtig für die Optik einer Karte und sehr wünschenswert. Und hier seht ihr, wie ich schon mal ein wenig geschnitten habe. Und es sind beileibe ja nicht alle kleinen Zwischenräume, die ich nun rausgetrennt habe, aber eben doch ein paar. Und dadurch wird das Ganze schon eben sehr viel lebendiger und bekommt eben so eine sehr filigrane Note. Und das geht mit dem Cutter echt total easy peasy. Also ihr seht ja, ich arbeite auch auf einer Schneidematte nicht ohne Grund, weil ich eben so gerne mit meinem Cutter rummache. Und ja, aber ich gebe dem Hintergrund jetzt nochmal ein paar Sprenkel, damit es eben noch ein wenig interessanter und vielleicht ein wenig aufregender wird, wenn dann eben auch noch ein paar Sprenkel dahinter hervor oder dazwischen durchschauen. Und das habe ich jetzt trocknen lassen, den Türkiston. Das war der gleiche wie zuvor, bloß mit weniger Wasser. Und jetzt gibt es noch ein paar goldene Sprenkel. Ich finde das halt immer toll, wenn man die Farben genau auf die eigenen Bedürfnisse oder den Geschmack des Adressaten anpassen kann. Und so ein Hintergrund ist ja eigentlich auch immer schnell gemacht. So, dieses Mal habe ich mir aber die Mühe gemacht und habe Foamtape hinter das ganze Gebilde hier platziert. Ihr seht, das waren auch zum Teil ziemlich dünne Streifen. Und das pelle ich mir jetzt einmal ab. Und ihr seht auch, dass ich das ganze Motiv schon einmal in der Breite angepasst habe, damit ich mir jetzt eben nicht das Foamtape nachher beim Abschneiden des Überstandes an der Schere kleben habe. Das finde ich immer sehr unangenehm. Und so werde ich das da jetzt einmal aufbringen, einmal noch glatt streichen und dann sitzt das Ganze. Und jetzt schaut euch mal an. Also das hat sich schon gelohnt, das Ganze auf Foamtape nochmal aufzusetzen, weil man eben diese tolle Schattenkante hat. Hier so von der Seite seht ihr das nochmal. Also das macht schon unglaublich was her, wenn ihr da jetzt so von der Seite hinguckt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und das ist nun die fertige Karte. Es ist insgesamt so ein quadratisches Format geworden, wie auch der Embossing-Folder es hergegeben hat. Aber ich habe das Motiv eben zur Seite gerückt. Und das finde ich eben daran total praktisch, dass man da irgendwie nochmal entscheiden kann, welchen Ausschnitt von dem Bild man eigentlich haben möchte. Und hier seht ihr auch das Gratulation-Wort, was eben auf einer Wellum-Unterlage geklebt ist. Ich fand, das passte jetzt zu dieser Zartheit total. Und mit dieser Innenlinie sieht es eben auch nochmal zarter aus. Und ich habe noch einen Baker's Twine in Weiß und in Gold mit da rumgewickelt, damit das Gold noch einmal wieder auftaucht. Und mir gefällt sie einfach ganz, ganz super toll. Und ja, so quadratische Karten, die sind natürlich zum Verschicken immer ein wenig Porto-intensiv. Aber ich finde, durch dieses sehr besondere Format sind sie einfach der totale Eyecatcher. Und diese habe ich nun auch tatsächlich persönlich übergeben. Die war für meine Mama zum Geburtstag. Und von daher habe ich mich jetzt hier um das Porto nicht so sehr geschert. Aber ich finde, es lohnt sich tatsächlich auch, wenn man das verschickt, weil es ist einfach echt irgendwie der Hammer, oder? Und der Hammer, jetzt guckt euch auch nochmal diese Schrift an. Also ja, ich bin ja nach wie vor einfach so unglaublich verliebt. Und hier seht ihr aber auch nochmal, wie toll das funkelt mit der Aquarellfarbe in Gold. Die ist ja ansonsten auch erstmal nicht so vordergründig und so ein bisschen im Hintergrund eher dezent. Aber wenn man das so gegen das Licht hält, hat das immer schon nochmal so einen extrem attraktiven Schimmer, wie ich finde. Und natürlich hätte ich jetzt dieses Motiv eben auch einfach auf eine 10x15-Karte anpassen können, weil ich es mir eben ausgeschnitten habe. Hier seht ihr auch nochmal, wie genau oder ungenau ich um die Ränder gegangen bin. Also ich habe da immer so ein bisschen Platz gelassen. Und dadurch, dass man eben eine andere Untergrundfarbe da nehmen kann, finde ich, gibt es einen komplett neuen Look für den Embossing-Folder und das gefällt mir einfach total gut. Und ja, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich in die Schrift verliebt bin? Ich will euch aber nicht auf den Keks gehen. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angelangt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und hoffe, dass ich euch inspirieren konnte, mal durch eure eigenen Vorräte an Embossing-Foldern zu gucken und zu schauen, was ihr da vielleicht noch herumschnipsen und schnupsen könnt und dem Ganzen vielleicht irgendwie ein wenig neues Leben einhauchen könnt, indem ihr das mal auf farbige Untergründe setzt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Basteln und sage Tschüss bis demnächst! Und dann, wenn ihr das mal auf den Keks gehen könnt,